Herzlich Willkommen zu AppleHolica.de. Heute habe ich mal ein interessantes Zubehör für Laptops. Ihr werdet jetzt sagen, was ist das? Es sieht aus wie ein Briefumschlag. Es ist tatsächlich wie ein Briefumschlag. Es ist eine Undercover-Tasche. So nennt sich das bei Coolstof.de. Danke nochmal an Coolstof.de, der uns dieses Produkt dann auch zur Verfügung gestellt hat. Ihr werdet jetzt sagen, was sind das denn für Dinger? Das Teil sieht bzw. fühlt sich an wie ein Briefumschlag. Ist es natürlich nicht. Und zwar, es ist auf jeden Fall eine Laptop-Tasche mit verschleißfestem Außenmaterial und Futter aus Seidenstoff-Limitat, Polster aus PE-Schaumstoff und kann auch beschriftet werden. Hülle für Notebooks von 8 bis 17 Zoll ist es möglich. Und wir zeigen euch mal das innere Teil. Und diese Sachen haben hier auch ihre Funktion. Wenn ihr zum Beispiel ein iPad reintun wollt und sagt, ich brauche gar nicht so einen großen Umschlag, dann könnt ihr die falten und dementsprechend hier festkleben. Dann habt ihr eine kleinere Tasche. Wir tun jetzt hier mal in diesem Bereich, bevor wir das tun, zeige ich euch das innere Teil an. Da sehen wir, das innere Teil wirkt dann auch schon wieder anders. Und auch das Material ist auch anders, was ich euch ja vorhin gesagt habe oder erwähnt habe. Wir haben jetzt hier mal ein MacBook Pro Retina und 15 Zoll und wir werden jetzt das mal hier in dem Slave, beziehungsweise in diesen Briefumschlag quasi reintun und euch zeigen, ob das gut funktioniert. Wir tun das jetzt rein. Es passt auch sehr gut, da sehen wir es. Auch das MacBook Pro Retina sitzt sehr gut drin. Wir machen jetzt mal die Klappe hier zu und schon ist das MacBook Pro Retina auch sehr schön geschützt. Und vor allem, es soll sehr widerstandsfähig sein, es soll nichts reißen, also es ist ein reißfestes Material. Und das Innere ist natürlich auch weich, damit das MacBook, beziehungsweise euer Laptop, nicht beschädigt wird mit Kratzern und so weiter. Eine originelle Tasche, beziehungsweise eine originelle Lösung. Also im ersten Augenblick wird man nur sagen, es ist ein Briefumschlag, ist es nicht. Es ist wirklich eine schöne Laptop-Tasche, die euren Laptop auch schützt. Und vor allem das Material da drin ist auch schön hochwertig und fühlt sich hochwertig an. Ja, ihr bekommt es auf coolstop.de und danke nochmal an Coolstop, der uns diese Tasche dann für euren Laptops zur Verfügung gestellt hat. Mehr Informationen bei uns auf appleholika.de oder auf coolstop.de. Wie gesagt, wenn ihr eine originelle Tasche sucht, wo ihr sagt, ich möchte auch, dass mein Laptop auch schön geschützt ist, kann ich euch auf jeden Fall diese Laptop-Tasche auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. So, ich möchte euch an die Laptop-Tasche, bei uns das lachsternieren. So, ich möchte euch an die Laptop-Taschen, also das lachsternieren. So, ich möchte euch an die Laptop-Tasche,